Musik Beim Thema Inflation scheiden sich ja die Geister. In Amerika liegen wir aktuell bei 7,5%. Ja, und der Notenbankchef Jerome Powell handelt. Es sollen nämlich jetzt die ersten Zinserhöhungen in den USA geben. Ja, wie es für die Eurozone ausschaut, ja, da weiß man noch nicht ganz so genau, wie Christine Lagarde, Chefin der EZB, tatsächlich in diesem Jahr mit steigenden Zinsen umgehen wird. Damit zu unserem Thema hier bei Wirtschaft TV aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Auf der einen Seite haben wir Fachkräftemangel, auf der anderen Seite volle Auftragsbücher. Aber die Menschen, die tatsächlich ihr Geld draußen verdienen, die haben de facto nichts davon. Denn ganz klar, die Energiekosten fressen die Lohnerhöhungen letztlich dann doch auf. Da fragt man sich natürlich noch letztlich, wozu man manchmal eigentlich arbeiten geht. Vor allen Dingen die letzten zwei Jahre, geprägt natürlich durch Corona und durch natürlich eine laue Auftragssituation, hat natürlich viele Menschen teilweise in Kurzarbeit hineingeschickt. Und jetzt geht der Markt dann wieder richtig los, aber jetzt haben wir tatsächlich hohe, hohe Inflationen. Und wenn wir mal auf den Nominalindex hinschauen, in Deutschland, der lag tatsächlich im letzten Quartal bei 3,9 Prozent. Also letztlich genauso hoch wie auch die Inflation. Übrig bleibt da natürlich in der Tasche nichts mehr. Und wenn wir jetzt weiter schauen, dass der IWF tatsächlich 2022 mit einer Teuerungsrate von 4 Prozent rechnet, also dass es weiter rauf geht und dass vor allen Dingen natürlich auf der einen Seite die gestiegenen Erzeugerpreise im Markt noch gar nicht angekommen sind und zum anderen die galoppierenden Energiepreise, die wir ja mittlerweile täglich sehen, vor allen Dingen an der Zapfsäule, noch nicht mal eingepreist sind, dann wissen wir schon jetzt, dass dem Normalbürger letztlich weniger in der Tasche übrig bleibt. Jetzt hat sich zu diesem Thema auch Marcel Fratscher, der DIW-Präsident, geäußert. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Er hat gesagt, desto länger der Ukraine-Konflikt, desto länger der Krieg auf ukrainischem Boden natürlich andauernd und desto mehr natürlich an Sanktionen verhangen wird, ja, desto höher könnte natürlich auch die Inflation gehen. Dass wir dabei mal ganz schnell die 5 vor dem Komma haben, das ist für ihn schon ausgemachte Sache. Aber es könnte sogar sein, dass wenn die Verwerfungen auf ukrainischem Boden, wenn die kriegerischen Handlungen dort weiterlaufen, dass es auch teilweise eine Inflation Richtung 10% geben könnte. Dann bliebe allerdings den Bürgern hier in Deutschland fast gar nichts mehr in der Tasche. Und dann ist die große Frage, was wird Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, tun? Wird sie weiterhin Anleihe-Ankaufprogramme starten oder wird sie dann trotzdem an der Zinsschraube drehen? Es ist und es bleibt spannend, wenn es ums Thema Inflation geht. Das war Mick Nauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Wertpapierbörse.